Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns Gott in der Stille darum bitten, dass er sein Wort an uns segnet. Herr, mache uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, gestern war mal wieder ein besonderer Moment in meinem Leben. Ich habe mich mit so einem alten Radiosammler, also besser so alt war er noch gar nicht, eher jung, mich unterhalten. Und er erzählte mir von den ganz alten Radios noch aus den 20er Jahren, dass dort ja kaum was kaputt geht. Denn dort, da hat er jetzt eins gehabt, das läuft, ohne dass er groß was instand setzen musste, weil dort waren nämlich noch keine Kondensatoren drin. Die wurden mit Batterien, mit einer Anodenbatterie und einer Heizbatterie betrieben und da konnte man sich den Kondensator sparen. Und deswegen kann man die einfach anschließen und die laufen. Und als er mir das erzählte, da musste ich daran denken, wer denn die Batterien entwickelt hat. Das war nämlich Graf Alexandro Volta. Der lebte im 18. Jahrhundert, ist 1827 gestorben und 1775, das müssen Sie sich mal überlegen, das ist schon über 200 Jahre her. Da hat er den Vorläufer des Kondensators entwickelt, das war nämlich der Elektrophor, so hat er das Teil genannt. Und er hat noch viele andere Entwicklungen getätigt. Später hat er festgestellt, wenn man zwei verschiedene Metalle in Salzsäure stellt, dass dann dort ein elektrischer Strom fließt. Das war die Erfindung der ersten Batterie. Und wir alle kennen diesen Namen von der Einheit der Spannung, nämlich das Volt, da kommt dieser Name her. Also man hat ihm zu Ehren die Spannung mit Volt gemessen. Und dieser Mann, dieser Alexandro Volta, der wurde eines Tages gefragt, woran er glaubt. Und da sagte er, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Also so ein Mann der Wissenschaft, der viel erforscht hat, der die Gesetze der Physik genau kennt, dieser Mann bedient sich der Worte des Apostels Paulus, um auszudrücken, woran er glaubt. Das Evangelium, das ist für ihn das Zentrum, das steht an erster Stelle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber heute ist es ja manchmal leider so, dass Wissenschaft und Technik und Glaube gegeneinander ausgespielt werden. Zumindest hat man das in DDR-Lehrbüchern oft gesehen, dass dort je mehr der Mensch entdeckt, erforscht, sich erklären kann, der Glaube dann doch eher immer mehr dagegen ausgespielt und an den Rand gedrängt wird. Je mehr die Technik fortschreitet, umso mehr wird der Glaube in den Randbereich abgeschoben. Und dabei wird häufig vergessen, dass gerade die berühmtesten Wissenschaftler, auch gerade durch ihre Wissenschaft, durch ihre Forschung, häufig erst zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Um den Glauben, um das zentrale Thema des Glaubens geht es auch in unserem heutigen Predigtext, den wir schon wunderbar gehört haben vom Apostel Paulus aus dem Römerbrief. Und ich möchte über drei kleine Punkte mit euch nachdenken. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die zum Leben geschenkt wird. Erstens, es steht bereit für alle. Kraft, das heißt im griechischen Dynamis, das heißt Kraft. Da steckt das Wort Dynamo drin. Da hören wir, der Dynamo ist ja eine Maschine, der elektrischen Strom erzeugt. Und diese Dynamis, diese Kraft Gottes, die hat Paulus selbst erlebt. Er hat nämlich erlebt, dass sein ganzes Leben komplett umgekrempelt wird, dass aus einem Christenverfolger, einem Feind von Jesus, plötzlich der erste große Missionar wird, der christliche Gemeinden gründet und das Reich Gottes ausbreitet. Der Glaube, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Das sagt Paulus. Und er sagt, alle Menschen sollen davon erfasst werden. Wir werden gleich noch sehen, dass es da einige Hindernisse gibt. Die gebildeten Griechen, auch das Judentum. Dafür ist Jesus ja zuerst gekommen. Er ist ja selbst Jude. Aber auch alle anderen Heiden aus allen Gebieten der Welt. Arme, Reiche, alte, junge, kranke und gesunde, gebildete und ungebildete Menschen. Für jeden Einzelnen ist das Evangelium da. Nun werden Sie sich sicher noch an dieses berühmte Wort Friedrich des Großen erinnern. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Und ich denke, das hat ein Stück weit unser Abendland geprägt. Das ist ein bisschen der Zustand, in dem wir uns wiederfinden. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden, soll sich sein Glauben selbst zurechtlegen, sich zusammenstricken, was ihm vielleicht hilft. Und da stellt sich mir natürlich als erstes die Frage, können wir denn nach eigener Fasson selig werden? Können wir das denn? Die Frage ist doch nicht, dass man das so als guten Ratschlag weitergibt, sondern die Frage ist doch, geht das denn überhaupt? Ich denke, wenn das so wäre, dass die Seligkeit eine rein menschliche Angelegenheit wäre, dass jeder Weg irgendwann an ein selig machendes Ziel führen würde, dann würde es auf unserer Erde ja ganz anders aussehen müssen. Denn wir sehen ja, dass viele Wege ins Sackgassen enden. Wir sehen ja, dass viele Wege ins Verderben führen. Wir sehen ja, dass viele Weltanschauungen sich schon heute komplett widerlegt haben, wenn wir nur mal an den Rassenwahn der Nazis denken im vergangenen Jahrhundert oder an vieles mehr, wo wir sagen müssen, das war doch fatal, das war doch grausam. Da haben wir doch gesehen, dass eben gar nicht jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Ich denke, in Bezug auf das Heil von Jesus ist das ein sehr gefährlicher Ansatz. Wir haben ja diesen ernsten Text gehört im Evangelium, auf den ich noch eingehen werde. Das dürfen wir aber nicht damit verwechseln, dass wir andere Menschen mit ihrem Glauben, Andersgläubige, natürlich tolerieren. Dass wir den christlichen Glauben niemanden überstülpen. Jesus hat das ja auch nie getan. Der reiche Jüngling, der zu ihm kommt, da heißt es am Ende, er ging traurig davon. Es war etwas zwischen Jesus und ihm, was ihn abgehalten hat, den letzten Schritt, den Sprung ins kalte Wasser, den Schritt in den Glauben zu tun. Und so ist das oft. Jesus predigt, die eine Hälfte möchte in den Felsen hinabstoßen, die andere Hälfte kommt zum Glauben. Seit Anbeginn spaltet auch das Evangelium und es gibt immer Menschen, die Jesus folgen und welche, die die Nachfolge eben verweigern, obwohl Jesus sagt, er ist für alle gekommen. Jeder darf, jeder soll und jeder kann zu ihm kommen. Das Evangelium ist für jeden da. Es ist eine Kraft Gottes, die für jeden da ist. Das war mein erster Punkt und damit bin ich schon ganz schnell bei einem zweiten Thema. Es ist eine Kraft, die uns zum Leben geschenkt wird. Schämen muss sich dieser Kraft des Evangeliums keiner. Paulus schreibt ja hier, dass er sich an die Menschen in Rom wendet. Er wäre gern selbst da, aber er hat es bisher noch nicht geschafft. Vorher war er ja in der Provinz, bei relativ einfachen, ungebildeten Menschen. Und er sagt, dass ich, schon seit damals ist es ja so, dass ich Menschen des Evangeliums schäme. Ja, wenn Sie mal an die Griechen denken, das waren hochgebildete Menschen. Die hatten eine Sprache, dass da reichen wir heute nicht, ans Mindeste reichen wir da nicht ran. Ja, also wer Altgriechisch mal gemacht hat, der kann froh sein, wenn die Gnade des Prüfers Ihnen beim Gräkum durchkommen lässt. Also so war es bei mir, die Gnade des Prüfers hat mir das Leben gerettet. Ja, weil diese Sprache kann heute kein Mensch mehr beherrschen. Da gibt es Verben, von diesen Verben kann man 800 Formen ableiten. Von einem einzigen Verb. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten zu jedem Verb 800 verschiedene Formen lernen. Unschaffbar. Und bei Paulus war das auch so. Er wendet sich an diese gebildeten Menschen. Und für die Griechen ist das natürlich mit ihrem Götterpantheon, mit den vielen Gottheiten, die dort verehrt wurden, ist das ein absoluter Skandal, ein absolutes Ärgernis zu sagen, der Gekreuzigte, Jesus, das ist Gott. Das konnten die nicht begreifen. Da haben die gespottet, da haben die gesagt, das kann nicht sein, ein gekreuzigter Gott. Was soll das für ein Gott sein? Und Paulus, der sagt ja an einer anderen Stelle, ich verkündige nicht Jesus, den Lehrer. Ich verkündige auch nicht Jesus, den Moralisten, der eine bessere Moral bringt. Ich verkündige auch nicht Jesus, den Weltverbesserer, der eine bessere Welt hervorkommen lässt. Heute würde er wahrscheinlich sagen, ich verkündige auch nicht Jesus, den Klimaaktivisten. Liebe Schwestern und Brüder, versteht mich nicht falsch. Klima ist wichtig. Schutz der Welt und Bewahrung der Schöpfung sind wichtige Themen. Aber unser Thema, unser zentrales Thema ist eben noch etwas ganz anderes. Und deswegen sagt Paulus, ich verkündige Jesus Christus als den Gekreuzigten. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende an Jesus Christus. Nicht, dass er die Welt verbessert, dass er ein guter Lehrer war, dass er uns Anstand beibringt, dass er sagt, ihr sollt alle lieb und nett zueinander sein, sondern dass er der Gekreuzigte und Auferstandene ist, der für uns sein Leben lässt. Das ist das Entscheidende für den Apostel Paulus. Diese Botschaft, ich verkündige Christus, den Gekreuzigten, das steht über allem. Und ich habe dieser Tage in den katholischen Medien gelesen, die Lage habe sich komplett umgekehrt. Da ging es um die Kirchenaustritte, was uns ja alle sehr betroffen macht. Und da hieß es, man muss sich heute nicht mehr rechtfertigen, wenn man aus der Kirche austritt, sondern man muss sich rechtfertigen, wenn man in ihr verweilt. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben. Ich fand, das ist eine Bedrückende, hat mich wirklich sehr nachdenklich gestimmt. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir mit Menschen reden oder telefonieren, die sich damit tragen, auszutreten. Und auf der anderen Seite sind wir vielleicht auch als Christen manchmal angefochten, unter Kollegen, unter Freunden, dass die sagen, Mensch, du bist immer noch in der Kirche, in diesem alten, verstaubten Verein. Ist das nicht Zeit, der endlich den Rücken zu kehren? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein, es ist wichtig, dass wir in der Kirche bleiben, auch wenn wir lange nicht mit allem zufrieden sind. Auch wenn uns manches auf die Nerven geht, ist es wichtig, dass wir in der Kirche bleiben. Und damit bin ich bei einem dritten Punkt. Das Evangelium ist die Kraft, die zum Leben geschenkt wird. Freigesetzt wird sie durch den Glauben eines jeden Einzelnen. Wie schon gesagt, ich hatte mit jemandem telefoniert und der hat mir eben auch gesagt, er kann eigentlich nicht mehr der Kirche angehören. Die Kirche hat so viel Schuld auf sich geladen. Sie nimmt heute zu so vielen Themen, zu allen möglichen Stellungen, aber nicht zu dem Entscheidenden, worum es wirklich geht, was wir gerade gehört haben, zu Jesus Christus. Sie hat sich so in vielen Stellen verfahren, er kann einfach nicht länger der Kirche angehören. Und ich habe ihm trotzdem geraten, nicht den Schritt zu gehen und auszutreten, sondern in der Kirche zu bleiben. Und das hat verschiedene Gründe. Das möchte ich uns mal erklären. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Gemeinschaft der anderen haben. Der Glaube wird vom Einzelnen weitergegeben. Und ich habe gesagt, was ist denn die Kirche? Wer ist denn die Kirche? Wir, jeder Einzelne ist Kirche. Natürlich ist die Kirche auch das Landeskirchenamt, die kirchlichen Institutionen. Aber ich, du, wir alle, wir sind Kirche. Und ich finde das Geniale ist doch, dass wir noch sehr viel Spielraum haben, den Glauben weiterzugeben. Und das, ich würde vielleicht, wenn mich wieder mal jemand fragt, sagen, du kannst doch in deinem Bereich arbeiten und kannst das verwirklichen, was dir das Wort Gottes sagt. Ein Gebetskreis gründen, ein Hauskreis gründen, ein Lobpreisteam aufbauen. Wir haben ja jetzt gerade hier einen neuen Lobpreis bei uns in Geising. Das ist eine ganz tolle Sache. Nicht austreten, sondern gucken, Was ist vielleicht mein Platz? Wo hat Jesus Christus, der Gekreuzigte, mich hingestellt? Paulus sagt, ich bekenne Jesus Christus, den Gekreuzigten, als eine Kraft Gottes. Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen. Vor vielen Jahren, da habe ich eine Osternacht miterlebt mit der jungen Gemeinde in Zwickau. Die Passionsstationen des Passionsweges Jesu wurden da nachgestellt. Wir sind von einem Punkt zum nächsten gelaufen. Ich glaube, es ging los mit dem letzten Abendmahl. Das haben wir in der Unterführung der Fußgängerzone haben wir das letzte Abendmahl gefeiert. Da sind auch noch Leute stehen geblieben. Dazu gekommen. Dann wurde es nach und nach später und es wurde dunkel. Dann waren wir in irgendeinem riesigen alten Fabrikgelände. Dort wurde der Verrat des Petrus nachgestellt. Also wo Petrus am Feuer sitzt mit den Frauen und dreimal Jesus verleugnet. Und dann erinnere ich mich ziemlich so, gegen Mitternacht kamen wir in einem riesengroßen Gelände, einem großen Garten des CVJM in Zwickau an. Da steht eine schöne Villa und dort brannte ein großes Feuer. Und ganz hinten stand ein sehr großes Holzkreuz. Ein ganz nacktes, großes Holzkreuz. Und die Verantwortlichen für diese Stationen, ich war ja damals noch selber junge Gemeinde, die sagten zu uns, hier sind Zettel, Stifte, schreibt mal bitte auf, was euch von Gott trennt, eure Schuld. Das, was euch von Gott trennt, wo ihr schuldig geworden seid. Wo bin ich lieblos mit meinen Eltern vielleicht umgegangen oder habe die ignoriert? Wo habe ich vielleicht abfällig über einen anderen gesprochen? Etwas gestohlen? Die Wahrheit vorenthalten oder verbogen? Wo habe ich Gott die Ehre verweigert? All diese Dinge sollten wir aufschreiben. Und dann wurde, am Ende wurden diese Zettel an das Kreuz genagelt. Und ich weiß noch wie damals, da wurde mir ganz klar, ich persönlich habe Jesus mit ans Kreuz gebracht. Ich habe ihn durch meine Schuld gekreuzigt. Wir, jeder einzelne Mensch, das waren nicht die Leute, die damals in Jerusalem geschrien haben, kreuzige ihn, sondern jeder Mensch ist mit daran beteiligt, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und genau das ist aber ja auch gleichzeitig das Wunderbare, dass darin unser Heil liegt. Wenn wir sagen, Jesus ist für mich gestorben. Und ich finde, das ist etwas ganz Tiefes, wenn man das erkennt und einmal merkt, wie das ist, wenn einem diese Last abgenommen wird. Wenn wir wirklich zu dem Gekreuzigten kommen und unsere Schuld loswerden und bei ihm abgeben können. Freilich, das ist nichts für die Werbung. Das ist wahrscheinlich für eine PR-Agentur, wenn wir da hingehen und würden sagen, liebe Freunde, wir haben hier den Gekreuzigten, da würden die uns abraten, eine Hinrichtung ins Zentrum, in die Mitte unserer Verkündigung zu stellen. Aber der Apostel Paulus sagt, ich verkündige Jesus Christus als den Gekreuzigten. Und die Kraft dieses Evangeliums, die Kraft dieses Neuanfangs, dieser Befreiung, die erleben 2000 Jahre hinweg die Menschen bis heute. Wenn Sie mal vorhin die wunderbare Geschichte mit dem römischen Hauptmann, ja, das war ein Heide, das war ein Mann, nicht aus dem Judentum, der war nicht religiös, aber der kannte, wie es in der Armee zugeht. Der wusste, dort gibt es einen Herrn und der erteilt einen Befehl und dieser Befehl wird ausgeführt. Bei der Armee läuft das so, es muss auch so laufen, sonst würde das nicht funktionieren. Ja, da muss man sich hundertprozentig drauf verlassen, dass Befehle ausgeführt werden. Und genauso erkennt dieser römische Hauptmann, Jesus ist auch ein Herr, dem gehorchen alle Mächte, alle lebenswidrigen Mächte. Da sieht man, dieser Hauptmann hat in Jesus den Messias erkannt, den Herrn über Leben und Tod, den Herrn über alle Mächte und Gewalten. Was Jesus sagt, das tritt einfach ein. Da muss er nicht mehr persönlich da sein, sondern er sagt einfach, diese Tochter soll wieder gesund werden und dann gehorchen ihm die Mächte und dieses Kind wird gesund oder dieser Knecht oder wer auch immer. Und deswegen sagt Jesus, solchen Glauben in meine Autorität, in meinen Gottessohn sein, in meinen Herr sein, habe ich noch nirgends gefunden, außer bei diesem römischen Hauptmann. Meine lieben Schwestern und Brüder, ich wünsche uns das und ich denke, wir sind auf einem guten Weg als Gemeinde, dass wir das weiterhin tun, dass wir im Zentrum Jesus Christus den Gekreuzigten haben, dass wir uns zu ihm bekennen, dass wir diese Botschaft an andere Menschen weitergeben. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die uns zum Leben geschenkt wird. Erstens, sie steht bereit für alle. Zweitens, ihrer muss sich keiner schämen. Drittens, sie wird weitergegeben und freigesetzt durch den Glauben eines jeden einzelnen Christen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.